Hallo zusammen, vielen Dank fürs Einschalten zur dritten Ausgabe des HMKW-Podcasts. Heute haben wir unsere Professorin Dr. Maren Urner zu Gast, die ich euch gleich noch vorstelle. Mein Name ist Fiete Kretschmer, ich studiere Master Wirtschaftspsychologie an der HMKW, Hochschule für Medienkommunikation und Wirtschaft. Los geht's! Liebe Maren, erst einmal hallo und vielen Dank, dass du dir heute kurz vor Beginn des neuen Semesters Zeit für unseren HMKW-Podcast nimmst. Ja, gern. So zwischen Bachelorarbeiten, Kolloquien und Semesterplanung ist das doch eine ganz angenehme Abwechslung. Perfekt. Ich würde sagen, wir stellen dich auch erst einmal kurz vor, bevor wir uns dem Thema der diesemestrigen Ausgabe nämlich Krisenverhalten, Krisenberichterstattung und Lösungsansätze widmen. Du hast Kognitions- und Neurowissenschaften in Deutschland, Kanada und den Niederlanden studiert und am University College London promoviert. 2016 hast du das nach eigenen Angaben erste werbefreie Online-Magazin für konstruktiven Journalismus Perspective Daily mitgegründet, einige Jahre als Chefredakteurin die Redaktion und das Magazin als Geschäftsführerin geleitet. 2019 wurdest du an unserer Hochschule, die HMKW, Hochschule für Medienkommunikation und Wirtschaft, berufen und lehrst seither unter anderem Medienpsychologie in verschiedenen Studiengängen. Außerdem hast du auch noch zwei Spiegel-Bestseller geschrieben und da kommen wir nämlich auch gleich direkt zu der ersten Frage. Kannst du vielleicht die beiden Bücher einmal kurz ein bisschen umreißen? Ja, gern. Also das erste Buch von 2019, Schluss mit dem täglichen Weltuntergang, fokussiert sich tatsächlich sehr stark auf diesen Bereich des Journalismus. Also sozusagen die eine Seele in meiner Brust oder Herz in meiner Brust oder Hirn in meinem Kopf vielleicht, würde ich natürlich sagen als Neurowissenschaftlerin. So dieses journalistische Denken, journalistische Verantwortung, der konstruktive Journalismus, der immer eben auch fragt, was jetzt, wie können wir weitermachen? Und es geht natürlich auch dann viel um psychologische Fragestellungen. Also zum Beispiel diese Idee, dass Journalismus objektiv sein könnte, wird widerlegt und als Mythos oder als Fata Morgana dargestellt. Und dann gebe ich natürlich auch das Praxisbeispiel mit Perspective Daily, wie wir das aufgebaut haben, was uns dabei wichtig war und ist. Und gebe am Ende noch so einen kleinen Werkzeugkoffer des kritischen Denkens im letzten vierten Teil mit, wo jeder dann bei sich eben auch ansetzen kann, wenn es um eine gesündere Informationsverarbeitung oder Medienhygiene geht. Und das zweite Buch knüpft dann eigentlich direkt daran an, als ich gemerkt habe, Moment mal, dieses lösungsorientierte und konstruktive Denken betrifft ja nicht nur den Journalismus, sondern eigentlich alle Lebensbereiche. Weil nachdem ich dann mit dem ersten Buch sehr erfolgreich war, also dass viele Menschen irgendwie mich darauf angesprochen haben und ich auch mehr und mehr Interviews dazu gegeben habe und irgendwie plötzlich damit in der Öffentlichkeit stand, kamen ganz, ganz viele andere Menschen aus anderen Lebensbereichen auf mich zu und haben gesagt, ja, das brauchen wir hier eigentlich auch. Und dann habe ich eben raus aus der ewigen Dauerkrise angefangen zu konzeptionalisieren, auch vor Corona. Es ist fast so ein bisschen seltsam irgendwie, natürlich diesen Titel dann gehabt zu haben, bevor wir irgendwie gefühlt in diesem Krisenmodus nochmal stärker gelandet sind. Aber da geht es im Prinzip dann um die Ausweitung auf sämtliche gesellschaftliche Lebensbereiche und ich habe das Ganze dann so in drei Teile strukturiert, wo der erste eben fragt, wo stehen wir eigentlich gerade? Woher kommt dieser Krisenmodus oder dieses Gefühl im Krisenmodus zu sein? Der zweite Teil, der dann analysiert, was, wenn wir es wirklich ändern wollen, also welche Teile unseres Gehens brauchen wir da für mehr? Und der dritte Teil setzt dann wirklich bei den verschiedenen Strukturen an, also was kann ich tun, um da irgendwie auch Teil dieser Lösung zu sein und welche Hirnbereiche müssen wir dafür mehr nutzen oder beziehungsweise Fähigkeiten unseres Gehens? Es waren mehr als zwei Sätze, aber ich hoffe, es hat es ein bisschen auf den Punkt gebracht. Absolut, absolut. Da hast du nämlich jetzt auch schon sehr tolle Sachen angesprochen, auf die ich jetzt auch nochmal ein bisschen zurückkommen werde. Also es zeigt sich ja auch, dass hier mindestens zwei Disziplinen quasi zusammenkommen, in denen du als Professorin in den Psychologie- sowie Journalismus- und Kommunikationsfachbereichen der RMKW ja auch in der Lehre unterwegs bist. Vielleicht da so ein bisschen die Frage, vielleicht sind das, also welche sind das und wo siehst du vielleicht da die Brücke beziehungsweise Verbindung? Ja, also ganz, ganz stark auf jeden Fall bei dieser Frage der Verantwortung. Also Verantwortung hat natürlich jeder und jede für sich selbst und da fangen wir einfach vielleicht mal oder fange ich an der Stelle gern an, weil natürlich das ist sozusagen die Beziehung, die wir ein Leben lang haben, ja, also mit uns selbst. Das heißt, wir können uns eben überlegen, wie wir mit den Informationen, mit der Welt da draußen, mit anderen Menschen und mit unserem Leben umgehen. Und da hilft es aus meiner Überzeugung einfach so ein bisschen so ein grundlegendes, naja, ich sag mal psychologisches Vokabular, gar nicht mal, aber vielleicht Wissen, Verständnis zu haben, weil unser Gehirn, und das ist vielleicht schon die erste Lektion in Anführungsstrichen an der Stelle, eben nicht wie ein Computer funktioniert, wo wir eine Löschen- und eine Speichern-Taste und noch ein paar andere Funktionen haben, sondern eben einfach aufgrund dieses biologischen Konstrukts, was wir eben einfach sind und dieses Gehirns in unserem Kopf, was ich ja auch immer liebevoll als Steinzeitchen bezeichne, einfach verschiedene Verhaltensdenken und damit Lebensformen an den Tag legen, die halt alles andere als vielleicht erstmal logisch erscheinen oder eben computerbasiert sind. Das heißt, das so ein bisschen zu verstehen kann einfach sehr selbstermächtigend, so im Neudeutsch Self-Empowerment oder Empowering sein und auch ein bisschen, und das ist die andere Seite dieser Medaille, die aber für mich dazugehört, auch ein bisschen Demut lernen. Und jetzt nicht Demut in einem religiösen Sinne, sondern wirklich so in einem selbstverstehenden und nachsichtigen Sinne, wenn man mal wieder das gefühlt hat, man hat sich irgendwie komisch schlecht oder dumm oder doof verhalten, sagen, ach ja, das ist halt jetzt vielleicht der und der Mechanismus gewesen, der mich da so handeln hat lassen. Und dann weitergehend natürlich die Verantwortung von gesellschaftlichen Akteuren jeglicher Art eigentlich, mit natürlich bei mir einem Fokus auf dem Journalismus oder den Medien generell. Warum? Weil die neben der Bildung, und daher bin ich ja auch an der RMKW, da kommt dann eine dritte Stellschraube, eben eine ganz, ganz wichtige Rolle dabei spielen, wie das Menschen, Weltbild und generell das Verständnis von allem da draußen und da drin geprägt wird. Weil medial und bildungstechnisch natürlich einfach so die größten oder das so die beiden großen Player sind, die unser Weltbild beeinflussen. Sehr schön. Jetzt hast du es eben auch schon bereits einmal kurz am Anfang angeschnitten und ich würde da auch nochmal weiter darauf eingehen wollen, nämlich, also wir starten, ja, ich sag mal einmal mit den für viele vielleicht etwas abstrakteren theoretischen Inhalten. Also wenn es um die Beweggründe für unser menschliches Verhalten geht, steht neben dem berühmten Bauchgefühl natürlich unser Gehirn im Fokus. Und ja, erst einmal eine ganz vielleicht grundsätzliche Frage, die hast du eben auch schon ein bisschen angerissen. Was ist denn überhaupt die Kernaufgabe unseres Gehirns? Ja, also die Kernaufgabe unseres Gehirns ist natürlich erst mal den Organismus, in dem es so drin steht, sitzt oder liegt, je nachdem wie wir uns das so vorstellen, auf dem Liegestuhl oder vielleicht auf dem Laufrad, diesen Organismus am Leben zu halten. Also das sich bewusst zu machen, da fängt die Demut und das Verstehen eigentlich an. Von daher finde ich es ganz schön, dass du diese Frage stellst, weil ich die sonst gern auch häufig dem Publikum stelle und einfach sage, ja, was ist denn Kernaufgabe dieses Zellhaufens, der so im Mittel 1,5 bis 2 Kilo wiegt und wo 86, das müssen wir auch mal vorstellen, Milliarden Neuronen irgendwie verdrahtet oder miteinander in Verbindung stehen auf unterschiedlichen Wege und Arten und Weisen. Das ist die Aufgabe, uns am Leben zu halten. So, Punkt. Und dann, wenn wir das wirklich verstanden haben oder ich sage noch klarer, begriffen haben, dann werden auch viele Entscheidungen und Denkweisen klarer und einleuchtender. Genau, also dann kommen wir nämlich jetzt darauf zu sprechen, dass diese Kernaufgabe, also übertragen jetzt wirklich auf unser Leben hier und jetzt in Deutschland und damit meine ich jetzt nicht nur das 21. Jahrhundert, sondern dass also wirklich das Hier und Jetzt, also mit Klimakrise, Corona-Pandemie und einem weiteren Krieg, der diesmal sogar auf unserem Kontinent wütet. Also genau diese Kernaufgabe übertragen auf unser jetziges Leben in Deutschland. Du meinst, was es dann damit so anfängt? Ja, also das ist natürlich jetzt sehr, sehr schwierig in kurz zusammenzufassen, aber ich gebe vielleicht mal so ein, zwei Schlaglichter, die mich da sehr umtreiben und beschäftigen und die ich auch für einige dieser zentralen, ich sage mal, Lektionen halte, die ich eben so erwähnt habe, die einem helfen, sich selbst und andere Menschen besser zu verstehen. Und das eine ist unser Negativitäts-Bias, also wirklich stärker auf alles zu achten, beziehungsweise zu verarbeiten und dann auch abzuspeichern, was irgendwie negativ ist. Wenn wir uns jetzt wieder, also kurz zurück erinnern, was die zentrale Aufgabe des Gehirns ist, nämlich uns am Leben zu halten, ist das absolut sinnvoll, weil eine verpasste negative Nachricht natürlich bedeuten kann, dass wir eben nicht mehr weiterleben. Also Stichwort Steinzeitieren und Säbelzahntiger und Marmut war das dann vielleicht das letzte oder eben vorletzte, weil wir es ja nicht mehr mitbekommen haben, was da passiert ist. Das heißt, dieser Negativitätsfokus, und da kommt natürlich auch wieder direkt die Brücke zum Journalismus zum Tragen, der ist ganz natürlich und der ist auch erstmal absolut biologisch sinnvoll, weil er uns am Leben hält. Wir wissen aber auch aus ganz vielen Studien, gerade im journalistischen Bereich, dass wir zum Beispiel negative Wörter, also sowas wie Krise, Krieg, Terror, schon intensiver verarbeiten. Also unser Gehirn stärker darauf reagiert, bevor wir die Bedeutung dieser Wörter bewusst wahrnehmen. Und das ist so eins dieser Aha-Mum, oder ist einer dieser Aha-Studien gewesen, als ich dieses Ergebnis das erste Mal gelesen habe, mir klar wurde, wie stark und wie extrem diese Verankerung ist und warum es so wichtig ist, sich selbst bewusst zu werden, dass wirklich jeder Gedanke, den wir denken und jede Information, die wir irgendwie konsumieren, und ich sage ganz bewusst konsumieren, unser Gehirn verändert. Und damit natürlich auch unser Weltbild und unser Handeln am Ende des Tages. Und ein anderer Punkt, und da kommt vielleicht jetzt so ein bisschen auch die konstruktive Stimme direkt in mir durch, ist eben auch, dass wir neugierig sind. Also diese Neugier ist ja auch etwas, was uns angeboren ist, was biologisch ganz, ganz stark in uns drinsteckt. Ich sage auch immer gern, warum hätten wir sonst Smartphones erfunden, wären auf den Mond geflogen und wären in der Lage, jetzt irgendwie innerhalb kürzester Zeit neue Impfstoffe zu entwickeln. Was wir auch alle live oder indirekt live miterlebt haben, wenn wir nicht selbst im Labor standen. Das ist ja diese ungebremste Neugier. Neugier, Lösungen zu finden und es irgendwie besser zu machen. Und da ist dann mein, ja, vielleicht Appell auch, da mehr dran zu appellieren und das zu stimulieren und natürlich auch zu belohnen, diese Neugier, gepaart mit der Frage, was jetzt, wie wollen wir eigentlich weitermachen, als zentrales gesellschaftliches Mantra vielleicht zu etablieren. Noch mehr, als wir das aktuell schon tun. Ja, da kommen wir nämlich auch wieder zu einem bisschen starrenden Thema. Jetzt hast du schon den Nachrichtenmedien angesprochen und in einem Interview hast du von einer Studie berichtet, wonach die Leute, die intensiven Nachrichten zum Anschlag während des Marathons in Boston im Jahr 2013 konsumiert haben, ja, die waren gestresster als diejenigen, die selbst Zeuginnen und Zeugen waren. Und das finde ich wirklich bemerkenswert, was den Faktor Nähe besonders, also diese unmittelbare Betroffenheit anbelangt, beziehungsweise richtet dieser Umstand doch den Blick dann auf die Rolle der Medien bei der Berichterstattung über Katastrophen oder Krisen. Und in einem anderen Interview hast du gesagt, dass wir uns eine Informationsumgebung geschaffen haben, die uns, ich zitiere, unter Ausnutzung von evolutionär bedingten Funktionsweisen unseres Gehirns dauerhaft ablenkt. Und da kommen wir jetzt so ein bisschen, wie sieht das praktisch aus? Also die Stichworte Doomscrolling, Negativity Bias oder auch FOMO, also kurz für Fear of Missing Out. In welcher Verantwortung siehst du die Medien in diesem Kontext? Ja, die Kurzantwort ist in einer großen, die sie aktuell noch nicht ausreichend wahrnehmen. Das ist Teil meines Daseins oder meiner Motivation, morgens aufzustehen, diese Verantwortung immer wieder zu betonen. Also jetzt nicht so lehrerin-mäßig oder professorin-mäßig sagen, ey, ihr müsst mal mehr Verantwortung übernehmen, sondern wirklich so über die klaren Erkenntnisse und Einsichten auch, das, was ich eben schon ganz kurz angerissen habe, eben sich diese psychologischen Grundmechanismen ja einfach damit vertraut zu machen. Und du hast ja drei genannt. Negativity Bias habe ich eben schon so ein bisschen aufgegriffen. Doomscrolling hängt damit direkt zusammen und ist dieses Phänomen, dass wir einfach gerade so in Zeiten von sowas wie Pandemien oder Kriegen in Europa, was wir aktuell erleben, dazu tendieren, aufgrund dieses Negativity Bias in so einen Zustand des, ja, endlos scrollen mit schlechten Nachrichten verfallen. Einfach weil unser Gehirn, wichtig, wieder eine Ebene nach unten geschaltet, versucht, uns am Leben zu halten. Und das ist natürlich, kann dann fatal werden. Gepaart, und dann sage ich was noch zur Verantwortung, mit FOMO, also die Angst, etwas zu verpassen, ist das sozusagen dann ja der Super-GAU, der dann medial, beziehungsweise auch von Plattformen, also Medien jetzt hier eben nicht auf den klassischen Journalismus beschränkt, sondern natürlich auch soziale Netzwerke und so weiter, ja, schamlos ausgenutzt wird für eine kurzfristige, ich nenne es mal ganz, ja, allgemein, eine kurzfristige Maximierung von bestimmten, ja, finanziellen Interessen, beziehungsweise die finanziellen Interessen dafür sorgen, dass ganz gezielt auf diese psychologischen Mechanismen angesprochen wird bei den NutzerInnen. Was meine ich damit? Naja, dass es zum Beispiel sowas wie ein Endlos-Scroll überhaupt gibt. Ja, also wenn wir uns kurz dran zurückerinnern, wie das, oder die, die noch nicht so alt sind, sich das erzählen lassen, wie das so war, vor dem Internet und den sozialen Medien, naja, da gab es halt dann die Zeitung, die hatte man vielleicht durchgeblättert, es gab die Nachrichten im Radio und im Fernsehen, die waren aber dann halt auch mal vorbei. Und diese Dauerverfügbarkeit ist natürlich auf der einen Seite ein riesiger Luxus, Stichwort auch sowas wie nicht-den-Jahres-Fernsehen, Netflix und Co. Wir können das immer und überall nutzen, Podcasts, sobald wir irgendwie Internet und ein Smartphone haben oder Smartphone mit einem Internetzugang und nicht in der deutschen Bahn unterwegs sind, dann sind wir ja immer und überall nicht nur erreichbar, sondern können auch immer und überall gefühlt auf alles, was in der Welt gerade so passiert, zugreifen. Und da sind wir beim nächsten psychologischen, bei der Herausforderung, also der nächsten psychologischen Erkenntnis, die wichtig ist, so dem Paradox of Choice, also dem Paradox der Wahl, dass wenn wir eine zu große Auswahl haben, wir einfach überfordert sind. Das geht zum Beispiel auch vielleicht um mal etwas nicht-mediales, informationstechnisches hier als Beispiel zu nehmen und Geschichten können wir uns immer gut merken. Diese Geschichte ist eine Studie, die gemacht wurde, wo geschaut wurde, ob Menschen, wenn sie zwischen 30 oder ich glaube 6 Marmeladen sollten, also die genaue Zahl ist an der Stelle nicht so wichtig, aber viel und nicht so viel wählen konnten oder eben Schokoladen, Schokoladen oder Hosen, sie nach der Wahl von der geringeren Anzahl, also meinetwegen 6 Schokoladen, Sorten, Marmeladen oder Jeans, zufriedener und glücklicher waren. Und auch das ist psychologisch natürlich total einfach zu erklären, weil sie hatten halt nur 5 verpasst im Gegensatz zu 29. So funktioniert halt unser Gehirn. Ja, das war ein ganz, ganz schöner Abschluss gerade, finde ich, diese Geschichte. Deswegen würde ich an dieser Stelle auch mal ganz kurz eine Pause machen, um das bisherige Gespräch auch einmal wirken zu lassen. In der zweiten Hälfte wollen wir uns möglichen Lösungen an diesen Mechanismen und Systemen widmen. Vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer an dieser Stelle und bis zum nächsten Part. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020